so hier sind wir wieder scheiß dreck einfach mal eine runde pennen gucken dann wird das ganze leiden alles aufhören ich schwöre euch das ja guckt euch auch jetzt geht es uns doch schon viel besser ich schwöre das geht euch das an wie gut uns das geht was aber hat er noch alles oh ja der ist oh ja der ist der ist so im arsch der typ alle drin stopfen wir jetzt mit dem fleisch ich werde die parasiten bestimmt nicht los erstmal muss ich den stand bauen für dings ja na ja ist gedacht dass das ewig hält der müll kann nur besser werden so vier lange sehr schön da hinten habe ich auch eingefällt da müsst ihr auch noch wo ist denn der andere denn geflogen die richtung ist hier nicht nur einer rein oh jetzt habe ich das alte rein als neig idiot jetzt habe ich da hier war noch einer drinnen so ja mann ich weiß was soll ich tun ist noch was drin ich brauche mehr kokos in der salda auf jeden fall ne können wir nicht da rein machen jetzt habe ich nicht mal trockene blätter um die scheiße anzuschauen ist das euer ernst hat da cola eingesammelt erst mal wo ich noch ein ding Genau, 16 Palmen, sind die krank, Mann? Also, ob wir uns da aus der Versenkung nochmal rauskriegen. So beschissen, wie wir jetzt drauf sind gerade, oh nee, ich glaube nicht. Das kann ich einfach nicht glauben. Oh, hier habe ich auch noch ein paar hingelegt, oh Mann. Siehst du, cool. Jetzt müssen wir das Feuer hier anzielen. Benutzen. Nope. Nope. Ja, dann muss ich drehen durch. Mach weg das Ding. Kein Sinn. Ja, schön. Ich dehydriere langsam. Mann. Was soll ich tun? Wir brauchen trockene Gras. Ich bin immer noch völlig buff, dass der Scheiß hier ist, hat der Typ. Das ist ein langer Stock. Ich gehe los. Ich fress jetzt den auch einfach. Keine Lebensmittelvergiftung. Tolle Scheiße. Ich gehe erst recht drauf. Ich bin immer pflanzen. Ich erinnere Pflanzen. Ich brauche pflanzen. Ich bin schützt. Ich muss auch pflanzen. unsicher trinken na was denn 20 und da kommt die flüssigkeit auch wieder aus ich muss unbedingt die pflanzen sind nicht die scheiße ja nix rest jetzt hier rasten junge war schon wieder der hälfte zurück sind ja Töte Parasiten, mal zwei. Diese Frucht werden wir nie wieder finden. Was ist denn jetzt schon wieder? Noch mehr? Oh, ja. Warte, ich geh gleich drauf, ich schwöre halt. Ich muss zurück zum Lager. Das wird nie, ich breche gleich zusammen. Du bist ohnmächtig. Naja, jetzt halt bestimmt richtig. Wurm. Ich wusste das. Mann, halt doch mal deine Schnauze jetzt da, das hat halt gewusst. Wie war denn, Leute? Kann ich was dagegen machen? Knochennadel. Blup. Jetzt... Kann man glaub ich die Maden da reinsetzen? Nein, die kann man nur runterwerfen. Jo. Jetzt verbindet man die Scheiße. Verbunden. Euch nehm ich wieder. Ich muss mich waschen. Gut. Also er muss fressen auf jeden Fall, der Typ. Na so, das haben wir auf jeden Fall was gefunden zum... Komm, jetzt hauen wir uns auch noch rein. Ey, geil. Energie plus 10 Kohlenhydrate. Na, ist doch schon mal was. Zack. So, jetzt machen wir ein Feuerchen. Ja, genau. Wir machen trocken. Flack. Kein Sinn, Mann. Der ist zu erschöpft. Der Kacker. Ich hab Angst, wenn ich jetzt penne, wacht der nie wieder auf. Und so wird's kommen. Oh, er hat Fieber. Faucht denn immer. So, gut. So, was ist hier? Hungry. Fieber durch diesen scheiß Wurm, wenn ich wieder rausgepopelt habe. Ich könnte ausrasten. Gut. Ich weiß, dass du so hungrig bist. Wir machen jetzt auch ein Feuer, egal wer das ist. So. Sehr schön. Sehr schön. Verdorben? Warum hängt da verd... Warum ist das halt... Ey krass. So, jetzt ist das Fleisch verdorben. Alles verdorben? Warum? Warum hängt das denn hier? Soll ich denn mit verdorbenem Fleisch jetzt? Kann ich das mal mit einer erklären? Was ist denn? Da ist noch Kokos in das. Aber wieviel Maden müssen denn da rein? Aber wieviel Maden müssen denn da rein? Wieviel Maden müssen denn da rein? Der hat richtig Hunger, der Typ. Voll scheiße. Aber es regnet wieder. Schnell die anderen mit dazu werfen. Der Glück ist aber ja nicht auf meiner Seite. Sondern hat ganze Fleisch verdorben? Ich hab mir ein Pech, das gibt es nicht. Noch eine Kokosnuss, sehr gut. Bleiben du jetzt trinken, Junge. Was sind denn das für strahlende Pilze? Ah. Ja, Mann. Auf dem Weg der Besserung. So ist das schön. Jetzt müssen wir nur mal ein bisschen Fleisch zu uns nehmen. Was ist das hier? Unbekannte Blume. Ah, jetzt bin ich hier. Wieder bei dem Lager. Da. Eine Schnecke hält er ungern. Da, wegen der Schnecke da. Die überleg ungern essen. Was ist hier vernünftig? Voll getroffen. Mist. Komm schon Schweinchen. Ich kann mich doch nicht nur von Pilzen ernähren. Alter, unbekannte Frucht. Jetzt ist der Glück auf meiner Seite. Jetzt finde ich allerlei Scheiß nicht fressen kann. Aha. Ob sieht hier an? Auf dem Platz. Was? Was war denn hier unten? Gut. Das ist auch gut verheilt. Ja, Mann. Ja, Mann. Nur ein kleiner Absturz. Ich muss um mein Kohlenhydrate fressen, ey. Das ist sonst. Blöde jetzt. Gut. Da hinten ist mein Home. Ja, sehr gut. Jetzt regnet's. Zack. Da ist ja auch noch was dran. Zack. 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 Die schmeißen wir auch noch hin. Blatsch. 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 So ist gut. Ein bisschen Holz noch ruf. Damit er doch schön weiter brennt. Wir müssen... Was finden, Eltern. Auf jeden Fall. Papagei. Irgendwas. Irgendwas. Was ich gleich erledigen kann. Ey. Zack. Keine Steinachs, Mann. Ich glaub ich brauche einen langen Stock, wa? Ich will mir einen Speer machen. Ja, voll. Kann ich die Kram jetzt aufpielen? Läuft doch nicht in den Wald. Jawoll. Hier hole ich es jetzt und leeren. Gut, 15 Kohlenhydrate aber auch ordentlich im Brechreiz. Das ist ja super. Ah, das ist ja irgendwie. Der mit die Lebensmitteldinger ist, äh. Nicht gewonnen mit der Lebensmittelvergiftung. Aber ich habe ja jetzt genug Flüssigkeit, die ich zu mir nehmen kann. Das ist sehr schön. Wie spielt das denn bitte, ne? 1.33. Protein, 18 Energie. Geist hier sind ja plus 5. Oh, Mann, ey. Grabe ist gerade mal drin hier und jetzt geht es irgendwie wieder raus. Naja, was soll's. Auf jeden Fall haben wir uns sehr, sehr gut wieder zurückgekämpft und das freut mich. Ich hoffe, ihr seid danach auch wieder bei erstmal Musik hier eine Runde heiern. Boah, ich habe kaum noch Energie und ich hoffe, dann geht... Oh, meine Dings ist schon weg. Na ja, den Rest sieht er beim nächsten Mal.